Und jetzt der Titel... Wie lautet der Titel deiner LP, Paul? Wie bitte? Was ist der Titel deiner LP? 14 Songs. 14 Songs. Da sind also 14 Stücke drauf. Mindestens 13. Eine Glückszahl. Er wird Things spielen. Bitte begrüßen Sie noch einmal Paul Westerberg. Untertitelung. BR 2018 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 Vielen Dank, Paul Westerberg.